Wir haben uns eigentlich vor einem halben Jahr schon dazu entschieden, sich miteinander zu operieren lassen. Bei mir war an jedem Schritt ein Schmerz. Ich habe mir gedacht, das geht doch früher, langsam auch bis zum Ende. Aber wenn sie noch zehn Jahre leben sollten, dann haben sie zehn Jahre eine Quälerei und das hat uns dann eigentlich eingeleuchtet. Ja, der Dr. Bender ist nicht der Typ, der einen so groß überredet, also so wie ein Geschäftsmann oder so, sondern er ist, ich bin zu mir gekommen, weil im Bekanntenkreis ist er bekannt, also sehr guter Schirurg. Am zweiten Tag, ja abends, hat der Dr. Bender gesagt, laufen Sie doch einmal ohne Kriegen. Ich dachte, das ist ein bisschen ein Witz. Aber ich habe es probiert und es ist gegangen. Ich hoffe auch, dass ich wieder ein bisschen aktiver sein kann, wenn ich ein alter Knochen bin jetzt, aber dass man wieder ein bisschen Rad fahren kann und so.